Ziemlich überraschend haben sich die Gläubiger bei der Tagsatzung am Handelsgericht am Montag für den vorgelegten Sanierungsplan ausgesprochen. Im Vorfeld hat sich Wolfgang Peschorn, Präsident der Finanzprokuratur und somit oberster Interessensvertreter der Republik, gegen die Treuhandlösung ausgesprochen. Er begründete dies damit, dass für einen langsamen Verkauf die notwendige Liquidität derzeit nicht in Sicht sei. Diese Ansicht teilen die anderen Gläubiger mehrheitlich nicht. Der angebotene Sanierungsplan erreichte mit großer Mehrheit die gesetzlich geforderte Kopf- und Summenmehrheit. Manche Gläubiger haben vielleicht mit etwas Bauchweh dem Sanierungsplan zugestimmt. Letztlich ist es aber die wirtschaftliche vernünftigste Lösung, meint Gerhard Weinhofer, Chef des Gläubigerschutzverbandes Kreditreform. Man habe durch die Treuhandlösung mehr Zeit für die bestmögliche Verwertung der Liegenschaft sowie die Verfolgung von Haftungs- und Anfechtungsansprüchen, so der Experte. Untermauert wird dies auch durch ein Gutachten, welches eine Erholung des Immobilienmarktes ab dem zweiten Halbjahr 2024 beziehungsweise in den kommenden zwölf Monaten bescheinigt. Konkret sieht der Sanierungsplan nun vor, dass das gesamte Vermögen über eine Treuhandlösung abgewickelt werden soll. Bei der Prime übernimmt die Aufgabe Abel-Rechtsanwälte, bei der Development Anwältin Dr. Andrea Frustorfer. Diese sollen dafür sorgen, dass das Immobilienvermögen, zum Beispiel das goldene Quartier und Parkhajet in Wien, bestmöglich verwertet wird. Sämtliche Erlöse daraus fließen zur Gänze an die Gläubiger. Das bedeutet, dass wenn mehr als die 30 Prozent aus der Treuhandmasse lukriert werden können, die Gläubiger dies als Superquote zusätzlich bis zur vollständigen Befriedigung ihrer Forderungen ausbezahlt bekommen. Konkret gemeldet wurden Forderungen bei der Prime in Höhe von 13,9 Milliarden Euro von 477 Gläubiger. Bei der Signa Development kommen noch einmal 2,29 Milliarden Euro von 285 Gläubigern dazu.